Im Überwachungsraum des Lustschlosses, Herr, beobachten Marinelli und der Prinz, wie Odoardo vor dem Schloss unschlüssig auf und ab geht. Jetzt kommt er. Ah, nein, er dreht wieder um. Aber jetzt. Ah, ich glaube, er weiß noch nicht, was er jetzt am besten tun soll. Sie werden sehen, er wird sich gleich bei Ihnen bedanken, dass Sie Emilia gerettet haben. Ach, labern Sie nicht. Sie haben den Odoardo noch nie wütend erlebt. Er wird mit Emilia zu sich aufs Land ziehen. Oder noch schlimmer, er steckt sie ins Kloster. So etwas Grausames würde er nicht tun. Ja, und was, wenn doch? Was hat es uns dann gebracht, dass der Graf tot ist? Denken Sie doch nicht immer so negativ. Vorwärts, denkt der Sieger. Ich habe schon einen Plan. Ja, das hat mir gerade noch gefehlt. Was haben Sie vor? Wollen Sie jetzt auch noch den Vater umbringen? Sie werden sehen. Oh, da kommt er. Lassen Sie mich nur machen. Hm.